Tag Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der OWL NERV Community. Ich bin Matthias und da ihr das letzte Video Blaster unter 20 Euro so gefeiert habt, habe ich mir überlegt, komm wir machen heute mal Blaster unter 40 Euro. Wir werden so einen kleinen Vergleich machen zwischen mehreren Blastern, weil es gibt einen Haufen Blaster, die natürlich unter 40 Euro liegen, aber es ist sehr interessant, was die Blaster wo ungefähr kosten werden. Und zwar haben wir einmal Smith Toys, also ehemalige Toys for Us, dann haben wir Amazon, dann haben wir Blaster Parts, wir haben Teddy Toys, wir haben Spiel und Spaß und wir haben eine neue Seite und zwar alternate.de. Da habe ich nämlich so zwei, drei coole Sachen gefunden, die verdammt günstig waren. Ich blende euch hier die jeweiligen Vergleiche mit ein, beziehungsweise die Abkürzung der Seiten, wo ich geschaut habe. Ja, die Logos kriege ich leider nicht rein, weil es ist doch sehr eng mittlerweile hier auf dem Bildschirm. Aber okay, gut. Wie gesagt, das ist so ein kleiner Vergleich. Ihr könnt nachher mal in die Kommentare schreiben, was ihr über diesen Vergleich denkt, beziehungsweise ob ihr euch genauso entschieden hättet, beziehungsweise ja, oder ob ihr überhaupt keinen genommen hättet. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche jeden Kommentar zu lesen, verteile fleißig die Herzchen, um das ihr auch seht, dass ich die Kommentare oder eure Kommentare gesehen habe. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke natürlich. Nicht viel labern, wir wollen loslegen und zwar einmal haben wir als Vergleich die Hyperfire und die Rapid Strike. Von der Art her sind sie relativ identisch, aber man muss sagen, die Preise schwanken schon sehr stark hin und her. Die Hyperfire gibt es zum Teil für 35,99 Euro. Aber ja, das ist eigentlich der beste Preis, den man erlangen kann für den Blaster natürlich. Bei Alternate gibt es die Rapid Strike auch für 34,99 Euro. Da muss ich auch sagen, ich würde mich glaube ich auch eher für die Rapid Strike entscheiden. Erstmal wegen der Handhabung und zweitens wegen der Schussrate. Man feuert nicht gleich alle Darts, die man hat, raus. Natürlich hat man bei der Hyperfire ein 25er Magazin. Muss man so ein bisschen abwägen, wo man mehr Bock drauf hat. Vielleicht konnte man in einem Battle schon mal irgendwie mit dem einen oder anderen Blasterhang umgehen und das eine oder andere Battle mal bestreiten. Gut. Ja, die Hyperfire ist am günstigsten bei Amazon momentan. Wie gesagt, wir haben Kalenderwoche 11. Nein, Quatsch, das war vor zwei Wochen. Nein, wir haben Kalenderwoche 13 im Jahr 2019. Wenn du dieses Video später siehst oder irgendwann anders mal, kann es natürlich sein, dass die Preise so ein bisschen hin und her springen. Also, momentan ist die Hyperfire noch mit 29,77 Euro am günstigsten und die Rapid Strike, wie gesagt, bei Alternate. Also, mein Ding wäre auf jeden Fall die Rapid Strike. Kommen wir zum nächsten Vergleich. Einmal die Delta Trooper und die MK2. Natürlich hätten wir jetzt auch eine Retaliator nehmen können, aber die MK2 hat so ein paar Vor- und Nachteile. Also, ich würde sagen, ich tendiere mehr zur Delta Trooper. Allein wegen der Optik, wegen der Stimmigkeit. Mir gefällt auch bei der MK2 nicht, dass man nicht jedes Magazin reinpacken kann. Das hat nicht so einen großen Vorteil, gerade im Battle, weil es gab immer irgendwo Probleme mit den 25er bzw. 18er Magazinen, dass diese nicht gehen. Ich glaube, es gingen nur die 10er, 6er, 10er und 12er. Da kann man natürlich im Battle jetzt nicht so viel mit anfangen. Und die Delta Trooper hat natürlich ein mega cooles Design, relativ stimmig ab der Schulterstütze. Gut, der Lauf ist vielleicht Gewöhnungssache, aber im Endeffekt würde ich auf jeden Fall zu der Delta Trooper tendieren. Ja, auch hier sind sie bei Alternate bzw. bei Smith Toys vom Preis ähnlich. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen, ich hätte die Delta Trooper genommen und ja, so hätte ich mich entschieden. Da ist jede Meinung natürlich verschieden. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Vergleich. Ich wollte ja nicht hier die Shadow und die Bulldog mit in diesen Vergleich nehmen, weil die einfach für das Battle Null geeignet sind. Jetzt habe ich eigentlich so zwei Blaster. Einmal die Rukus und einmal die Mega Cyclone Shock. Und da musste ich auf einmal ganz groß schlucken, gerade bei der Cyclone Shock. Die tauchte nämlich auf bei Smith Toys für 19,99€. Eigentlich hätte sie in das andere Video gemusst. Aber gut, jetzt zu spät. Jetzt packen wir sie in dieses Video rein. Und zwar bei Smith Toys für 19,99€. Und die Rukus ist ja, ist bei Smith Toys bzw. Alternate auch am günstigsten. Das ist so ein bisschen schwierig. Natürlich ist es einmal Elite, einmal Mega. Aber da muss ich echt sagen, ich glaube, ich würde auf die, boah, das ist so schwierig. Also da muss ich sagen, da wäre so der erste Cut, wo ich mich nicht entscheiden könnte. Weil die Mega hat so eine coole Optik, dass man die auch in einen Halfter packen kann oder in den Holster. Aber dafür hat die Rukus zwei Schuss mehr. Das ist schwierig. Da kriege ich bestimmt wieder Hate-Kommentare ohne Ende. Aber ich glaube, ich würde echt die Rukus nehmen. Boah, das ist schwierig. Also das ist wirklich schwierig. Da habe ich einen scheiß Vergleich für mich selber gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich würde mich für die Rukus entscheiden, allein für die zwei Darts. Aber nein, das ist auch nicht richtig. Wegen den Mega-Darts, dann kann man den Blaster wegstecken. Ach, das ist richtig schwierig. Da brauche ich wirklich eure Hilfe. Einmal unten in den Kommentaren, welchen Blaster ihr genommen hättet. Rukus oder halt, ja, die Cyclone-Shock. Jetzt kommen wir natürlich zum Vergleich der Vergleiche. Also es gibt keinen elektrischen Blaster, der, ja, mehr genommen wird, wie die Stripe beziehungsweise auch die Regulator. Wenn man die beiden natürlich vergleicht, sind es natürlich die, die am meisten beim Battle benutzt werden. Aber halt auch immer so die Frage ist, ja, welchen Blaster soll ich den nehmen? Ja, nimm die Stripe oder nimm die Regulator. Da muss ich sagen, da würde ich mich vom Preis auch nicht so abhängig machen. Weil natürlich ist die Stripe mit 22,99 Euro, natürlich günstig. Aber zum Beispiel bei Alternate gibt es ein mega cooles Angebot. Da kostet das, nee, der Blaster doch 43,99 Euro. Und kennt ihr noch die Kamera aus der Battlescourt? Ja, ich weiß, sie ist nicht die geilste Kamera. Aber die gibt es kostenlos dazu. Kann man jetzt feiern oder nicht feiern. Aber trotzdem finde ich 39 Euro für einen Blaster oder beziehungsweise für die Regulator einen richtig cooler Preis, den man auch wahrnehmen kann. Weil ich finde die Regulator einfach der modernste beziehungsweise der, ja, fürs Battle besser geeignete Blaster, wo man sich durch mehrere Modis spielen kann. Ja, aber da ist es auch so ein bisschen Zwiegespalten. Da lieben welche die Stripe, manche lieben die Regulator. Wie gesagt, haut was in die Kommentare. Lasst uns darüber reden, beziehungsweise auch so ein bisschen, ja, diskutieren, welchen Blaster ihr bevorzugt. Aber ich würde aus diesem Vergleich jetzt die Regulator nehmen und, ja, ich denke mal, äh, doch, dabei bleibe ich. Relativ interessant ist jetzt der Vergleich einmal Surgefire beziehungsweise die Dominator. Die Dominator ist so aus dem Battle so ein bisschen rausgezogen, aber die habe ich einfach mit reingenommen, weil die mit dem Blaster halt, ähm, mit der Surgefire auch relativ viele Darts verschießen kann. Und da muss ich aber sagen, äh, welche würde ich daraus nehmen? Ähm, die Dominator hat mehrere Trommeln, äh, 6x4, äh, Schuss, also, pff, das wird echt schwierig. Aber ich glaube, ich würde mich auch in diesem Fall für den Elite Blaster entscheiden. Allein, äh, die Handhabung ist relativ cool und, ja, die Reichweite ist eigentlich auch recht passend fürs Battle. Und wie gesagt, das Nachstellen, äh, beziehungsweise das Nachpacken der Darts ist in diesem Fall bei dem Elite, äh, Blaster auch relativ einfach. Muss man gerade auf die Preise gucken, ähm, ja, 27,70 Euro sogar bei Amazon, äh, ist schon, äh, knackengut, aber ich sehe gerade hinten bei Alternate, äh, 24,99 Euro ist natürlich richtig cool. Und da kommt die Dominator mit 31,99 Euro natürlich nicht dran. Also man muss auch sagen, hier wirklich einen Blaster unter 30 Euro, der richtig Spaß macht, äh, im Battle. Beispiel, aber hier hätte ich mich für die, äh, Searchfire auf jeden Fall entschieden. Auch cool ist dieser Vergleich, ähm, ja gut, wie ich da drauf kam, war einfach, ich habe alle Blaster runtergeschrieben, die unter 40 Euro gekostet haben und hab gedacht, ich kann die nicht einfach vortragen, ich mach so einen kleinen Vergleich. Und auf einmal hatte ich die Blaster äh, äh, zueinander stehen und zwar einmal die Raptor Strike und die Thunderhawk. Äh, ich hab jetzt auch die Raptor Strike genommen und, äh, nicht die andere aus der Alco-Strike Serie, allein wegen der Schussrate. Man hat jetzt wieder mehrere Magazine, also zwei Stück an der Zahl, äh, könnte aber auch noch andere Magazine mit dran machen. Also hätte man da einen größeren Vorteil. Äh, die Thunderhawk, muss ich sagen, hab ich letztens beim Battle gesehen, äh, war schon echt krass, weil der Blaster schon verdammt groß ist, auch für halt das Kind. Ja, also da muss ich, äh, bin ich relativ zwiespaltig, aber ich glaube auch in diesem Fall ist die Raptor Strike, äh, die bessere Alternative. Und, ähm, ja, bei Alternate 31 Euro, äh, mega guter Preis, aber auch die, äh, bei Smith Toys für, nein, doch 39,99 Euro geht es einigermaßen auch noch. Aber, wie gesagt, allein die Handhabung, äh, muss ich sagen, äh, macht der Akku Strike Blaster auf jeden Fall viel mehr Spaß. Natürlich kann man da nicht direkt in die, ja, in die erste Reihe beim Battle gehen, aber trotzdem aus zweiter beziehungsweise dritter Reihe haut man auf jeden Fall, ähm, äh, ja, das Richtige da raus. Jetzt kommen wir zu einem Vergleich, der, ja, nicht so wirklich passt, aber ich hatte einfach keine anderen Möglichkeiten, das passte einfach nicht mehr anders. Und zwar einmal die Evader und einmal die Double Dealer. Die Double Dealer ist, ähm, ja, für mich kein Blaster, der auf zum Battle gehört, weil einfach, äh, ja, wir hatten so schlechte Erfahrungen mit diesem Blaster gemacht, äh, weil der hakte sehr, sehr stark, beziehungsweise der rotzte überhaupt nicht mehr die Darts raus. Und das einzige Coole wirklich bei dieser Double Dealer ist, die zwei Magazine. Also, ähm, der Preis für 24,99 Euro allein nur für Magazine auszugeben, weiß ich nicht, aber fürs Battle ist der jetzt so semi. Ähm, ihr könnt ein cooles Produkt gehabt oder bekommen haben, aber wir hatten echt Probleme, beziehungsweise hatten beim Battle auch schon zwei-, dreimal die Sachen, dass der echt viele Dart-Hänger hatte. Aber wenn ihr den gebraucht irgendwo kriegt bei Ebay-Kleinzeigen und der ist damit bei, top, klar, kann man wie gesagt Glück haben, aber hier die Evader ist natürlich ein unschlagbarer Blaster, der macht mega viel Spaß, nein, da oben ist er, ähm, mit dem seitlichen Magazin, wie gesagt, das ist der erste elektrische Blaster mit dem seitlichen Magazin, ja, unter 40 Euro, der auf jeden Fall, ähm, ja, zum Battle gehört und immer wieder gerne gesehen wird. Weil er ist halt auch wirklich cool und man kann auch viel draus machen. Allein, äh, ja, so ein bisschen Modding-Potenzial hat er auch, aber ich denke mal, allein Standard ist er schon recht cool und, jo, ich würde mich halt für die Evader entscheiden. Auch jetzt so ein bisschen das Problem, was wir jetzt für einen Vergleich haben, ist einmal die Tree Strike und die Slingfire. Gut, klar, die ganze Bedienung ist anders, äh, einmal den Repetierhebel, äh, Repetierhebel, aber auch die Tree Strike ist mittlerweile aus dem Blaster oder beziehungsweise aus dem Battle so ein bisschen rausgegangen. Also, wo früher der Blaster rauskam, die Tree Strike, beziehungsweise die ersten Bilder kamen, wie jetzt zum Beispiel bei Fortnite oder so, ich habe den so abgefeiert, weil man auf einmal so viele Möglichkeiten hatte. normale Elite-Darts zu schießen, Megadarts und halt die Rakete. Gut, die Rakete brauchen wir jetzt im Battle überhaupt nicht, äh, die funktioniert einfach nicht, weil die jedes Mal eine Flugeigenschaften hat, erst gerade und dann fliegen sie nach links beziehungsweise nach rechts weg, meistens ist es aber nach rechts, glaube ich. Ähm, ja, aber da muss ich echt sagen, da ist, äh, ja, die Slingfire sieht man aber auch nicht mehr so häufig, weil einfach das Nachladen, äh, unten relativ lange dauert. Ja, also da ist es so ein bisschen schwierig, ich glaube, da würde ich mich so überhaupt nicht entscheiden. Ähm, aber wie gesagt, was man vielleicht bei dem Blaster von einer Tree Strike vielleicht braucht, ist vorne der Lauf, den hat man jetzt schon zwei-, dreimal gesehen beim Battle. Aber, ja, ähm, mal gucken, wie, wann die, ähm, Scravenger, genau, die Scravenger ein bisschen günstiger wird. Vielleicht fällt die auch irgendwann mal unter 40 Euro. Da ist ja die Reichweite so ein bisschen besser geworden und, aber trotzdem, wie gesagt, das ist für das Battle einfach nicht direkt, ja, lobenswert, weil, äh, wenn man da voreinander steht, elektrischer Blaster gegen diese Art von mechanischer Blaster hat man auf jeden Fall Nullschnitte. Aber auch die Preise sind so, naja, die Tree Strike bei Alternate, 31 Euro, ja, kann man sich geben. Aber, wie gesagt, den Blaster würde ich, glaube ich, eher auch bei Ebay Kleinanzeigen kaufen, ähm, weil er ansonsten auch, ja, viel zu teuer ist, beziehungsweise, ja, nicht das macht, was er eigentlich beim Battle machen sollte. Ja, die Hammershot hat's wirklich nicht geschafft in das Ranking Blaster unter 20 Euro, weil die wirklich mit, äh, 21,95 Euro bei Blaster Parts momentan der günstigste Blaster ist, äh, und ich hatte erst Schwierigkeiten da einen Vergleich, äh, Blaster zu finden, aber die Rough Cut, ja, hat auch sechs Schuss, ist zwar eine komplett andere Art auch wieder vom Blaster, aber, äh, allein diese sechs Schuss, beziehungsweise, dass man die Darts reinpacken kann, kann man gut miteinander vergleichen, beziehungsweise, sie gehen auch beide in den Holster rein, aber hier ist der Kult Blaster, ähm, Hammershot halt haushoch überlegen, da hat, äh, die Rough Cut hat einfach null Chance und, ja, da ist einfach der Kult, äh, ja, ohne Ende da, da brauchen wir eigentlich nichts, äh, weiter zu sagen, ähm, ja, außer, dass das eigentlich so der Rest war von meiner Liste, mehr Blaster gibt es natürlich unter, äh, 40 Euro, aber wie gesagt, das sind, ähm, die Shadow und die Bulldog sind jetzt so nicht die, die man zum Vergleichen, beziehungsweise nicht direkt fürs Battle vorschlagen würde, was wir ja, beziehungsweise immer in diesen Videos bevorzugen. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, gebt den Daumen natürlich, oder, nein, gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben, äh, abonniert den Kanal, wenn du noch nicht Abonnenten bist und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen und, ja, haut die Kommentarbox voll, ich freue mich schon wieder auf jeden Kommentar, den ich lesen kann und wir sehen uns dann im nächsten Video oder vielleicht sogar beim nächsten Battle. Bis dahin, Leute. Ciao. Musik 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 Musik